Helden Klamm. Nur eine kleine Stadt der Helden stand Talia noch im Weg und hielt sie davon ab, endlich den Berg zum Rad der Schnodderlinge hinauf zu steigen. Helden Klamm musste fallen. Mit den Einhorn-Killen und so weiter. Also wir haben wirklich alles geschafft, was die Mission zu bieten hatte. Was haben wir jetzt hier? Neue Fähigkeiten, dämonische Effizienz, alle Forschung der Dämonen kosten 15% weniger Gold und Bösartigkeit. Keine Kreatur darf streiten. Aha. Was haben wir jetzt hier? Okay, wir müssen die Mission absolvieren. Mana... Ach. Manage-Schütz habe ich da jetzt, oder Manage-Schütz gelesen, aber nein, Mana-Geschütz. Tötet in Helden Klamm 60 Helden mit dem Mana-Turm. Aha. Mana-Turm, was auch immer das ist. Du kannst nicht vorbei! Fangt in Helden Klamm alle Transporte ab. Oh nein, das ist wieder so eine Abfang-Mission. Oh Gott. Okay, Mana-Turm. Wir merken uns. Mana-Turm. Alle Transporte abfangen. Keiner darf streiten. Gut. Schön. Warte mal. Ah, jetzt halt. Okay, also wir können beides haben. Hier einmal mehr Erfahrung und die Fähigkeiten kosten weniger Bösartigkeit. Das ist doch schön. Gut, würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Talia hatte auf ihrem Weg zum Rat der Schnodderlinge eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nun stand lediglich noch die Stadt Helden Klamm zwischen ihr und dem Pfad zum Gipfel. Ha! Ausgezeichnet. Helden Klamm heißt das Ding? Ich denke, ich werde es in Helden Grab umbenennen, wenn ich damit fertig bin. Vorwärts, Kreatoren! Zeit zu! Doch wie aus dem Nichts tauchte Tristan auf. Ganz so, als ob er einem schlechten Drehbuch folgen würde. Ach, ein schlechtes Drehbuch würde sich für diese lausige Geschichte hier schämen. Männer, dieser Ort muss beschützt werden. Haltet Stand und entzündet die magischen Leuchtfeuer. Ach ja. Und aktiviert den magischen Turm. Oh nein. Hey, das ist doch unfair. Verrat! Schiebung! Versorgt durch den Mana-Strahl des magischen Turmes wurde Helden Klamm nun von einem magischen Schild geschützt, der für böse Kreaturen undurchdringbar war. Das scharf überlegende Böse machte sich einen Plan. Es musste den Turm in seine Gewalt bringen. Vielleicht brachte es damit nicht nur den Schild zum Einsturz, sondern konnte ihn auch noch für etwas anderes einsetzen. Hört sich nach einem genialen Plan an. Vorwärts, Kreaturen! Mach das Ding... Äh... Nicht platt! Nehmt es ein! Holt mir die Besitzurkunde dafür! Das höllische Böse verfügte bereits über erfahrenere dämonische Kreaturen. Damit diese nicht unglücklich wurden, musste eine Halle der Entspannung errichtet werden. Halle der Entspannung? Pfff, faules Pack! Was tut man nicht alles für seine Untergebenen? Das stimmt allerdings. Das ist, äh, das mit der Halle der Entspannung, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Die baden, glaube ich, in Mana dann und so. Das ist ganz lustig. Müssen wir jetzt mal gucken hier. So, haben wir... Wir haben, äh, einen Grundstock an Bösartigkeit. Schön. Dann machen wir einmal hier, einmal hier. Äh... Achso. Okay, dann müssen wir nochmal... Dann brauchen wir nochmal 500 Gold. Okay. Ist okay. Keine Kreatur darf streiken. Ich weiß nur nicht, ob man das mitkriegt, wenn eine Kreatur streikt, aber bitte beeilt euch, ja? Tut wenigstens so, als würdet ihr euch beeilen. Ich nehme mal das ganze Gold hier an mich, ja? Ihr könnt ja eh nicht damit umgehen. Zack, rein damit. Und ab dafür. So, jetzt haben wir schon mal... Wir haben noch nicht die maximale Schnurderlinganzahl. Loy. Okay, das ist aber auch neu. Gut. Wird ja immer komplexer hier. Finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dann schauen wir mal. Halle der Entspannung. Was ist das? Benötigt Forschung. Oh, nö. Oh, nö. Was haben wir denn hier? Ein Sukkobus. Hey, natürlich. Ja. 1500 Gold brauchen wir für die weitere Forschung. Na schön. Dann nehme ich das ganze Zeug mal an mich hier. Es ist eh viel zu schwer für euch. Und rein damit. Zack. Hier, so. Halle der Entspannung. Jetzt brauche ich dafür 150 Bösartigkeit. Wie soll ich denn da wieder rankommen? Ah, doch. Ich weiß wie. Durch Raiden. Und so. Gebt mir mal das ganze Zeug hier. Jawohl. So schön viel Gold. Äh, haben wir... Wir haben ja noch gar keine Kreaturen der Horde. Was? Warum nicht? Was soll denn das? Schiebung! Wir brauchen Kreaturen der Horde. Und zwar ganz, ganz dringend. Weil ich muss ja ein bisschen auf der Oberwelt raiden können. So. Einmal machen wir hier. Zack. Genau, das Versteck. Haben wir Gurus schon? Haben wir schon Gurus? Sieht mir nicht danach aus. Ah, doch. Doch, wir haben Gurus. Okay. Ah, das ist ja... Das ist ja top. Das ist ja richtig gut. Äh... Da, 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 da. Was ist das dann hier? Okay, das ist hier zum Baden oder was für die Kreaturen. Ach, das ist der Vortex. Natürlich. Das habe ich natürlich gewusst. Oh Mann. Gewölbe der Bösartigkeit. Naja, gut. Okay, das können wir ein bisschen in die Länge ziehen. Das spielt keine Rolle. Das ist, wo das Spiel das aussieht. Gut. Was haben wir da noch? Ach. Ja. Nehmen wir das ganze Zeug. Stopfen es in die Schatzkammer. Ach so. Oh. Wir haben ja, äh... Ein gewisses Problem. Hm. Was haben wir hier noch? Hier können wir noch ein bisschen mehr... Ausbuddeln. Baumarten gibt es hier. Ah. Okay. Gucken wir mal hier noch die Guru-Guru-Farm. Ein bisschen größer. Würde ich vorschlagen. Äh, hier. Guru-Guru. So, was haben wir dann noch? Oh, haben wir hier viel Gold? Heilige Scheiße. Gib mal her, das Zeug. Dann, 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 dann. Äh, Versteck. Was? Ich muss ein Versteck erforschen. Als ob. Na gut. Von mir aus. Mein Gott. Es ist zahlt. I don't fucking care. Komm. Tempo. Ihr alle. Beeilt euch endlich mal. Ah, da geht doch. Können wir hier nochmal verbessern. Was ist das hier? Erhöht die Kapazität pro Feld. Okay. Machen wir erstmal Türen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ja. Alles andere benötigt Bösartigkeit. Das war ja wieder klar. So, gibt mir das ganze Gold. Das kommt alles hier rein. Wunderbar, Skib. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man mitkriegt, ob eine Kreatur streikt oder nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Oh, hier gibt's Kisten. Das ist natürlich angenehm. So, jetzt lassen wir kurz schauen. Äh, Bau-O-Mat, Bau-O-Mat. Können wir hier, äh, bauen. Bestimmt, ja. Was ist das hier? In-Fus-O-Mat. Äh, okay. Na gut, mal abwarten. Succubi. Gut, wir müssen mal gucken, wo wir dann am Ende rauskommen hier. Was ist das jetzt hier? Das ist, äh, das Arcanium. Okay. Das können wir also schon bauen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Machen wir das hier mal so. Dann, dann kommt hier, ah, da ist der Vortex noch. Der Vortex wird hier mal ein bisschen erweitert, nicht wahr? Und das ganze Mana, was da rumliegt, das sammeln wir mal auf und stopfen wir hier rein. Jawoll. Die Aktivitäten des wuddelnden Bösen waren nicht unbemerkt geblieben. Alsbald würden sich Helden auf den Weg machen, um das Dungeon-Herz zu zerstören. Natürlich, wie immer. Wie einfach fucking immer. Ich liebe es. Boah, ist hier viel Geld. Geld! Gebt mir Geld! Nein, ich bin nicht Geldgeil oder so. Hört auf. Was haben wir hier? Zauber. Wir haben Zauber, wir haben Expertenzauber. Aha. Können wir jetzt endlich mal diese... Ah, die Halle der Entspannung mit dieser bösen Ente. Ich liebe es jetzt schon. Äh, tausend Gold, tausend Gold. Können wir hier noch mal was verbessern? Nein. Gut, wir brauchen jetzt erst einmal Kreaturen. Das haben wir ja festgestellt. Dann bauen wir jetzt mal hier ein... Bauen wir hier das Versteck hin? Schon, oder? Bauen wir erst einmal hier das Versteck hin. Das können wir immer noch erweitern. Bauen wir hier das Versteck hin, genau. So. Bitte geht eurer Arbeit nach. Ich kümmere mich um das ganze Gold. Ihr könnt eh nicht umgehen mit dem Zeug. Also. Gut, dann bauen wir mal einen Bau-O-Maten hier noch rein. Der benötigt Forschung für magische Kisten. Ja gut, von mir aus. Also, bitte ein bisschen Tempo machen. Schlaft mir hier nicht ein. Oh, hier ist noch mehr Gold. Oh, schön. Schön. I like. I like. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen... Machen wir noch einen Raum. Oh! Geil! Eine Goldmine! Oh, das ist natürlich top. Dann machen wir das hier so. Schön. Oder... Na gut, die kommen von mir aus Mama zu. Genau. Wir haben hier einen schönen Zugang zum Raum. Ach, ich liebe das. Dieses... Sich systematisch dann da auf alles vorbereiten. Ich warte nur darauf, dass jetzt mal die ersten Helden kommen, damit ich denen ein bisschen aufs Maul hauen kann. Für Bösartigkeit. Das ist ja das Allerwichtigste. So. Können wir hier schon mal so ein bisschen zumindest planen. Ich meine, diese ganzen Räumlichkeiten, ob die jetzt früher oder später fertig werden, das juckt jetzt auch niemanden. Gebt mal das ganze Zeug hier. Hier. Gold, Gold, Gold. Rein damit. So. Äh, da, 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 da. Können wir hier noch was verbessern? Nein, nein. Ah, doch, hier. Wir können tatsächlich die Kreaturen der Horde verbessern. Das finde ich gut. Das finde ich richtig schön. Kreaturen der Horde. Dann. Feinde haben den Dungeon betreten. Hilfe. So. So, genau. Dann machen wir das hier noch so. Was seid ihr denn für Knilche? Komm. Komm, vernichtet sie. Ihr macht das schon. Schnappt euch mal die Priesterin bitte, ja? Ich wäre euch sehr verbunden. Ja, das läuft. Das läuft sehr gut. Hervorragend. Jetzt kloppt ihr euch noch den einen Kerl da kaputt. Ah, siehste. Okay, Jungs. Wo seid ihr denn jetzt hier? Wo geht's denn hier lang? Ah. Ding Dong. Es ist Zahltag. So, ich will mal hoffen, dass die nicht streiken oder so. Das wäre eher blöd. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. So, die Frage ist jetzt, okay, hier sind wir. Wo gibt's hier eventuell Bösartigkeit zu ernten? Wir brauchen Bösartigkeit ganz, ganz dringend. Sonst kommen wir hier nirgendwo hin. Ah, das sieht mir doch verstärkt danach nach sowas aus hier. Bitte ignoriert mich. Oh, alt, alter. Die drücken aber auch Damage. Das ist ja Hardcore. Die drücken richtig Hardcore Damage. Alter, scheiße. Dankeschön. So, was ist mit dir? Seid ihr irgendwie salzig, dass ihr keinen Sold bekommen habt oder so? Was gibt's denn hier? Hier ist ein Heldenlager, oder? Talia. Talia, dein Einsatz. Ah, ne, geht noch nicht. Die muss erst Stufe 3 sein, verstehe. So, wir brauchen jetzt erst einmal eine Halle der Entspannung. Was auch immer das bedeutet. Talia, bist du überhaupt noch da draußen? Hier ist es so einschläfernd röde. Man könnte fast meinen, du hast schon wieder dein Referat über das Wachstum von Kleeblättern gehalten. Ich werde Kleeblätter auf deinem Grab wachsen lassen. Sehr sympathisch. Aber hey, okay, da mit dieser kleinen Truppe, die wir aktuell noch haben, können wir sehr effizient hier diese ganzen Lager raiden. Das ist gut. Das bringt uns vor allem ordentlich Bösartigkeit, die wir jetzt wirklich dringender brauchen als alles andere hier. Mach das mal größer. Brudelt das alles mal aus. Also, liebe Truppe, wie sieht das aus? Talia, du Bestie. Hör auf, die armen Dorfbewohner heimzusuchen. Such dir jemanden in deiner Größe. Das sagt der Typ, der sich hinter einem riesigen magischen Schild versteckt. Männer, richtet den Turm aus und nehmt diese garstigen Unwesen unter Beschuss. Tristans Männer nutzten den magischen Turm gegen die Armeen des verdutzten Bösen. Jegliche Unterfangen auf der Oberwelt würden äußerst unerfreulich sein, ohne diesen Turm einzunehmen. Ja, und wo ist der? Ja, aber jetzt mal im Ernst, wo ist der? Äh, oh nö. Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Oh, das ist schlecht. Scheiße. Ja, okay, das habe ich schon verkackt. Keine Kreatur darf streiken. Dreck. Ach, Dreck. Na gut, andererseits. Es ist kein großer Verlust. Ich meine, so geil war die Fähigkeit sowieso nicht. Hey, was soll das? Und er hört uns hier zu beschießen. Talia und die Armee des überraschten Bösen wurden durch den magischen Turm unter Beschuss genommen. Solange dieser nicht eingenommen worden war, würden die Kreaturen des abwesenden Bösen dort keine Ruhe finden. Ja, ist ja... Ist ja gut, jetzt scheißt euch nicht ein. Okay, ja, die Halle der Entspannung. Jetzt habe ich das wieder zu spät realisiert. Ach man, ist das dumm. Nee, sorry, sowas ärgert mich. Das ist ja wieder komplett unnötig, der Scheiß. So. Okay, das ist quasi das Lagerungsgebäude. Das kann also ruhig etwas überdimensionierter sein. Das entspannende Böse hatte eine Halle der Entspannung für seine Dämonen errichtet. Fortan konnten diese es sich in einem gemütlichen Mana-Bad gut gehen lassen. So, ihr blöden Arschlöcher. Da ihr jetzt leider auch noch gestreikt habt und mir damit das Achievement versaut habt, hätte ich eigentlich Bock, das wieder vor eurer Nase abzureißen. Aber gut, ich brauche euch ja. Hilft ja nichts. Mann, ey. Hier sind ihr kleinen Penner. Halle der Entspannung. Na schön. Okay, was haben wir hier noch? Ein Succubus. Äh, Succubus. Blabi blub. Was gibt's hier noch? Ah. Mana. Jede Menge Mana. Sehr erfreulich. Schön rein damit. Dann machen wir das gleich nochmal größer hier, das Arcanium. Gut, dann können wir hier nochmal... Ja, was wollen wir denn machen? Eine Arena können wir jetzt gerade noch nicht erforschen. Gut, machen wir halt noch ein paar mehr von diesen Dingern. Also rein damit. Sind wir jetzt endlich durch da, ja? Oh nein! Skandal! Erstmal direkt um die Ecke. Oh, kriegen die alle erstmal voll auf den Sack, wie sie da so um die Ecke latschen. Oh, voll auf die Phrase. Uff. So, das war's mit der Priesterin und damit auch mit dem Rest. Wunderbar, danke schön. Es war mir mal wieder eine Freude. So. Haben wir schon was für die Untoten? Ich glaube nämlich nicht. Oh, wie viel Mana ist denn hier? What the fuck? Okay. Dann bitte mal abgraben, bitte. Ich wäre sehr verbunden, wenn ihr das tun könntet. Okay, dann machen wir... Alter, hier ist noch Gold. Hier ist noch richtig Gold. Okay, dann machen wir das wie folgt. Wir machen hier einen... Oh, wir machen hier eine Goldmine auf. Okay, Planänderung. Wir machen hier eine Goldmine auf. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Was haben wir denn hier? Goldmine. Ja, geil. Dann bitte macht das mal hier. So, einen Friedhof wollte ich bauen. Jetzt habe ich den noch nicht erforscht, oder? Na. Können wir das hier... Jetzt haben wir nicht genug... Gold! Ich kriege eben wieder einen Föhn, Alter. Äh! Beeilung, Mann! Das ganze Zeug hier kommt mal mit. Müssen wir jetzt mal sehen. Wir mussten mit dem Mana... Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Nicht schon wieder. Gut, dann machen wir jetzt halt den Spinnenraum kaputt. Na los. Immer noch nicht den magischen Turm unter Kontrolle. Sich innerlich auf die Stirn platschend, machte es sich daran, dies zu ändern. Ja, ist ja gut. Ach, es gab da noch irgendwelche Transporte nachher zum Abfangen, gell? Das habe ich jetzt komplett verdrängt. So. Jetzt habe ich da wieder irgendwas nicht erforscht gehabt vorhin. Ach gut. Gib mal das ganze Zeug her. Und rein da. Das Zeug kommt hier rein. Wisst ihr was? Wir müssen auch mal ein bisschen aggressiver hier vorgehen. Komm. Wir sind natürlich noch längst nicht beim Maximum, was unsere Kreaturen angeht. Aber komm, das ist doch egal. Oha, Alter. Der bringt es ja richtig krass. Oh nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, man muss ja immer in Bewegung bleiben deswegen. Fuck. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt ja. Da war ja was. Komm, lass uns als nächstes mal das Ding hier machen. So. Komm, rein, rein, rein da. Mach das Heldenlager platt. Je weniger die uns stören könntest, desto besser. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Dann ist das Lager gleich rippt. Da geht ein weiteres Dorf in Flammen auf, während sich mein Stiefbruder unter dem Tisch versteckt. Wie damals bei Wladimirs Geburtstag. Du hast versprochen, nie darüber zu sprechen. Niemals. Weile dich. Das wird auf Dauer sonst ungesund. Aber so sind wir eigentlich ganz gut dabei. Hier mit so einer kleinen Truppe kann man da eigentlich sehr effizient den Gegnern aufs Maul hauen. Oh, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier runter. Was ist hier noch? Kommt und rein hier. Auf die Priesterin. Alles andere ist jetzt erstmal zweitrangig. Ja, das sieht sehr gut aus. Also ich muss sagen, doch, unsere Taktik in diesem kleinen Trupps, in diesem kleinen Stoßtrupps da vorzugehen, ist auf jeden Fall durchaus von Erfolg gekrönt bis jetzt. Ich will jetzt noch nichts verschreien. Aber aktuell sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. Solange wir ständig in Bewegung bleiben, bringt ihm dieser Turm nämlich auch einen Scheiß. Schaltag. Ha, ha, der Feind greift meine Kreaturen mit diesem magischen Turm an. Ungehörig. Vorwärts, Kreaturen. Tut was dagegen. Auch wenn manche von euch dabei draufgehen, ist das ein Opfer, das ich gewillt bin, auf mich zu nehmen. Hä. Ja. Hast du recht. Ne, aber okay, hier gab es nichts mehr. Wir haben hier bereits alles verwüstet. Dann müssen wir ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber es sieht auf jeden Fall bis jetzt ganz ordentlich aus. Kann man gar nicht anders sagen. Wartet mal. Da geht ihr jetzt mal hier rüber. Genau. Schaut, dass ihr das Ding da einnehmt. Dass ihr mir auch schön in Bewegung bleibt, meine lieben Kreatürchen. Alter, ich sagte gerade, dass ihr auch schön in Bewegung bleibt. Und dann bleibt ihr gar nicht in Bewegung. Was ist denn los mit euch? Geht mal hier rüber. Dieser blöde Turm, Alter, der geht ja richtig hart auf den Sack. Ha. Nicht getroffen. Edge, Batch. Oh shit. Oh shit, da hat es mir einen Dämon zerlegt. Das ist natürlich blöd. Aber bis jetzt sind wir gut dabei. Trotz allem. So. Wir sind soweit noch gut dabei. Wo kommen wir jetzt hier noch damit hin? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Wo sollen wir überhaupt hin? Ach man, jetzt hat es mir den einen Dämon da zerlegt. Aber der erholt sich hoffentlich jetzt das erste Mal. Ich glaube, gegen Mana lassen die sich ja auch wiederbeleben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach, nicht schon wieder. Muss denn das sein? Nicht getroffen. Nee, 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 nee. Ja, ist immer, man muss noch ein bisschen hier mit dem Ausweichen aufpassen. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, Leute, zurück zum Dungeon-Herz. Kommt, auf geht's. Haut ihnen aufs Maul. Und in der Zwischenzeit kann ich mich mal hier ein wenig mit dem Bauen der ganzen Türme, beziehungsweise, die Türme sage ich schon, mit dem Bauen der ganzen Türen widmen. Kann es sein, dass wir wieder keinen Platz haben für die ganzen... Ach Gott, ist das wieder dumm. Ich baue jetzt alles erstmal mit Türen zu, was ich hier irgendwie sehe, was eventuell eine Tür gebrauchen könnte. So, du kannst eine Tür brauchen, du kannst eine Tür brauchen. Ihr kriegt alle jetzt erstmal Türen, das ist das Allerwichtigste. Wir haben dann jetzt auch endlich mal den Grund, diesen ganzen Baumartenscheiß und so weiter zu verwenden. Hier noch eine Tür rein, genau. Sieht doch soweit ganz ordentlich aus. So, dann haben wir hier noch eine riesengroße Schatzkammer. Ja. Aber weißt du was, dann machen wir das doch hier so weg. Machen wir das doch alles weg. So, zack, zack. Na los. Auf geht's, das kriegt er schon. Sehr schön. Genau. Wir haben einen schönen, großen Raum. Und unsere Einheiten können sich dabei ein wenig entspannen. Ist ja auch nicht verkehrt. Mann, Mann, Mann. Äh. Jetzt machen wir hier nochmal das Hordenversteck ein bisschen größer, oder? Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Schatzkammer müssen wir auch nicht größer machen. Was machen wir denn mit der ganzen schönen Bösartigkeit derweil? Ich würde sagen, wir verbessern derweil hier nochmal den Dungeon. Jetzt haben wir wieder nicht genug Gold. Das gibt's ja nicht. Müssen wir erst nochmal kurz warten, bis da das Gold quasi nachproduziert wurde. Was hab ich denn jetzt hier? Ich liebe das ja während Aufnahmen, wenn mich plötzlich... Vorher wollen die Leute immer nix. Und jetzt auf einmal, wenn man gerade dabei ist, aufzunehmen, wollen die Leute was von einem. Aber nee, ist nix Wichtiges zu. So, beeilt euch bitte mal, ja? Sehr gut, okay. Und ihr schwimmt derweil da in eurem Mana, ne? Das ist ja toll. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ihr könnt ja mal abbauen, warum denn nicht? Ich meine, besser als gar nichts. Hier gibt's auch noch ein bisschen Gold. So. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich meine, wir haben jetzt schon einige Dörfer abgerissen. Das ist auch alles ganz lustig, aber... Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, ja, Zahltag ist ja gut. Aber erstmal das hier voll. So, dann das hier. Ah, brauchen wir wieder 1000 Gold, natürlich. Klar. Können wir eigentlich schon eine Arena bauen? Können wir noch nicht. Okay. Können wir noch nicht. Ja, gut. Ich meine... Das ist halt echt die Frage. Ich meine, die Dämon-Einheiten sind auch schon ziemlich cool. Vielleicht soll ich mich diesmal weniger auf die Horden-Kreaturen verlassen. Das machen wir ja sonst immer. Schauen wir mal dieses Mal, was die Arkanen-Kreaturen wieder so können. Ich meine, das letzte Mal konnten wir ja gar nichts anderes machen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ja, das ist ja sowas von egal. Hier ist noch das ganze Mana. Da sammle ich gerade mal auf und stopf es wieder in die Mana-Aufbereitungsanlage. Mana haben wir mehr als genug. Lass mal gucken. Wir haben so viel schöne Bösartigkeit. Was können wir hier mal an? Verbesserten Zauber, einen Succubus. Ach komm. Wir nehmen mal einen Succubus. Und einen Glotzer. Und einen... Ah ne, können wir wieder nicht. Arkan, können wir auch noch verbessern. Na gut, mal gucken. Ja, so ne Scheiße. Wir haben es leider nicht rechtzeitig geschafft, dass hier keine Kreatur streikt. Das ist ein bisschen was, was mich ärgert, aber gut. Es ist jetzt nicht Game-Breaking oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh nein, ohne das Achievement kann und will ich nicht weitermachen hier. Das geht ja gar nicht. So, was haben wir hier noch? Schnodderlinge können sich schneller bewegen. Das ist natürlich auch super. Ach komm. Wir verbessern erst nochmal die Schnodderlinge. Jetzt haben wir zwar keine Bösartigkeit mehr, aber gut, damit müssen wir halt leben. Das hilft nix. Gut, ich glaube, es wird mal Zeit, wieder ein wenig Bösartigkeit dann zu farmen, oder? Wie sieht das aus? Wollen wir den Zuckobus mal mitnehmen? Hallo Süße, hast du dich verlaufen? Soll ich dir mal die Folterkammer zeigen? Aha. Aha. Okay. Auch ganz interessant. Kann Gegner kurzzeitig auf die eigene Seite ziehen? Ich würde sagen, wir nehmen den Glotzer mit. Wir nehmen den Zuckobus. Der erste Zuckobus reihte sich in die Armee des weiter expandierenden Bösen ein. Diese höllischen Dämoninnen konnten Gegner bezirzen und kurzzeitig auf ihre Seite ziehen. Äußerst hilfreich. Das stimmt allerdings durchaus. Kommt mal mit. Dann nehmen wir noch ein paar von den Mädels immer mal mit. So. Ich glaube, jetzt sind wir beim Maximum angekommen, oder? Ja. Und forschungstechnisch brauchen wir eine Arena. Nee, brauchen wir erstmal nicht. Komm. Wir nehmen mal den ganzen Haufen. Und gehen jetzt mal raus. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Weil wir natürlich jetzt ein etwas größerer Haufen sind. Und wir jetzt immer noch von diesem blöden Turm. Ich weiß aber gar nicht, wo ist denn der überhaupt? Es ist ein bisschen blöd, dass wir davon unter Beschuss genommen werden. Eure Goldader ist fast erschöpft. Ja, gut. Müssen wir uns dann gleich drum kümmern noch. Dass wir gegebenenfalls noch ein bisschen weiterkommen. Hey, Tristan, hör auf damit. Mich zu beschießen verstößt gegen das Völkerrecht. Als wenn du dich jemals für das Völkerrecht interessiert hättest. Du hast in den Schulstunden schleimige Spuckbälle geformt und sie auf mich geworfen. Oh nein. Wie tragisch. So. Okay. Ah, und die werten Damen heilen sich hier auch. Das ist gut. Mal bitte kurz sammeln, ja? Ich weiß, der wird jetzt da gleich wieder auf uns schießen. Das ist dann sehr lästig. Na, heilt ihr euch schön? Eure Feinde sind im Dungeon. Oh, nö. So, kurz mal ausgewichen. Jetzt geht's aber los hier. Haut ihnen auf die Fresse! Ja. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter ausbuddeln, oder? Würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht so recht. Was sollen wir jetzt machen? Findet den verborgenen Ausgang im Dungeon. Ah, natürlich. Weil wir kommen wieder sonst... Ach du Scheiße, was haben wir denn hier alles? Ja, ich lasse jetzt erst einmal einfach alles ausbuddeln. Einfach, weil wir es können. Und das tut ja auch nicht weh. So. Alter, wir haben ja so viel Platz hier. Es ist ja krank. Das ist ja komplett krank. Warum haben wir so verboten viel Platz? Da muss ja noch irgendwas kommen. Zahltag. Gut, dann machen wir das hier mal ein bisschen größer. Ich weiß nicht, wofür wir die ganzen Räume sonst noch brauchen. Klar, ich könnte jetzt hier auf Krampf irgendwelche Untoten zum Beispiel einstellen oder so. Aber aktuell irgendwie, nö. Sehe ich gar nicht ein. Wozu denn? Das ist ja nur noch eine Ressource, um die wir uns kümmern müssen. Ja, machen wir das jetzt erst mal so. Ich lasse die jetzt einfach erst einmal alles ausbuddeln, was hier irgendwie nach einer Fortsetzung aussieht hier. Alter Falter, wie unnormal viel Platz wir einfach haben. Das gibt's doch gar nicht. Auch hier wieder. Was für absurde Ressourcenmengen hier vergraben liegen schon wieder. Was mache ich denn mit dem ganzen Zeug? Naja gut, andererseits kümmere ich mich lieber jetzt da drum. Vorbeugen ist bekanntlich besser als nachsorgen. Was gibt's hier noch? Zack. Hier ist natürlich noch eine Goldader, klar. Alter, was zum Geier. So, ich nehme mal den ganzen Krempel und schiebe ihn woanders hin. Gut. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Oh nein. Hilfe. Also los, gebt sie denn. Das kann ja kein Problem sein für euch, oder? Ihr putzt sie doch easy weg. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, aber doch, doch. Scheinbar wirkt der Zuckubuszauber auch gegen diese Art von Viechern. Das ist ja cool. Wow. Oh nein, sie haben einen Spinnenraum angegraben. Hilfe. So, ignoriert mal bitte kurz diese ganzen Goldadern, die er da freilegt. Die braucht er jetzt gerade nicht zu beackern. Ich will jetzt einfach nur, dass ihr mal ein bisschen Gas gebt hier. Dass ihr mal schön Sachen ausbuddelt. Okay. Klapse. Klapse. Na los. Ein bisschen mehr Einsatz, wenn ich bitten darf. Nein, also das sieht sehr, sehr gut aus. Was können wir noch machen? Wir können hier noch, ja, hier so ein bisschen verbessern. Oh, okay. Können wir noch ein bisschen, wenn wir mehr Bösartigkeit übrig haben. So, erst einmal das ganze Arcane-Zeug wieder hier reinstopfen. Forschung. Können wir hier... Ah ne, 100 Bösartigkeit haben wir leider noch nicht. Alter, das ganze Zeug. Kommt jetzt alles erstmal da rein. Und ihr könnt da in eurem Mana baden, damit ihr auch happy seid, ne? So, das ganze Gold. Gold, Gold, Gold. Überall Gold. Das ist ja ein Wahnsinn. Krösos Simulator. Okay. Ah, wir haben hier tatsächlich noch ein paar Gebiete, da sind noch gar keine Türen drin. Das ist ja ein Skandal. Okay. Was gibt's hier sonst? Ich glaube, ein paar Schnodderlinge, die gerade nix zu tun haben, würde ich dann auch mal abstellen, an anderen Stellen gleichzeitig weiter zu buddeln. Oh. Komm mal her. Du kannst mal hier buddeln, bitte. Und du buddelst bitte hier weiter. Gefälligst. Äh. Nicht winken. Arbeiten. Jetzt läuft der weg! Wo musst du denn hin? Oder wo fühlst du dich denn bemüßigt zu... Jetzt meinen die immer das ganze Gold mitnehmen zu müssen. Ich brech ins Essen. Nein, müsst ihr nicht. Danke. Es ist sehr lieb, aber nicht nötig. So, Moment. Ich würde tatsächlich mal gerade sagen... Die Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber, okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ihr braucht aktuell diese Goldminen gar nicht zu beackern. Beackert alles andere. Habt ihr mehr als genug zu tun. Okay, hier wäre theoretisch auch noch mal Platz. Machen wir hier noch so zu. Jawohl. Zack. Alter, wie unnormal viel Platz. Einfach nur. Was zum Arsch. Na gut, von mir aus. So, dann ist das alles hier... Oh ja. Können sich aussuchen. Wollen sie drei Tonnen Goldmünzen haben oder vier? So. Die ganzen Goldadern hier, die lassen wir jetzt erstmal so stehen. Die brauchen wir gar nicht zu beackern hier. Alles weg. Nee. Bitte nicht antatschen. No touchy, touchy. Und ihr beeilt euch gefälligst. Hier, ich treibe euch an. Mit eiserner Hand. Oder eher mit untoter Hand in meinem Fall. Aber ist ja egal. So, meine werten Kreaturen. Wie sieht das aus? Habt ihr Bock? Kommt mal mit. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen hier... Kriegsverbrechen im Kosovo begehen oder so ähnlich. Eure Feinde sind im Dungeon. Och nö, alter. Come on. Please don't. Nicht schon wieder. Ich will nicht. Aber gut, okay. Okay, dieser blöde Turm muss auf jeden Fall jetzt mal demnächst sterben. Der geht ja auf den Sack. Hier. Bitte. Haut ihnen auf die Phrase. Mann, ey. Vor allem, die haben halt überhaupt keine Chance. Weißt du, wozu Fallen aufstellen? Mit der Truppe, die ich da habe. Und mit der Fähigkeit, die Leute hier dann auch wieder auf magischem Wege zurückzuschicken. Warum sollte ich überhaupt Fallen bauen? Die Gegnerwellen in dem Level sind absolut lächerlich. Gut, um fair zu bleiben. Ich habe relativ früh zwei Heldenlager vernichtet. Aber trotzdem. Trotzdem. Also komm. Was ist los, Tristan? Fängst du an zu schwächeln oder was? Komm. Wo ist jetzt eigentlich dieser scheiß Turm, um den es da die ganze Zeit geht? Hier ist der Turm, oder? Ja, da ist der Turm. Dann nähern wir uns doch am besten von dieser Seite. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkommen soll. Probieren wir es mal von der Seite. Komm, komm, komm. Beeilung. Und du bitte aufschließen hier. So. Müssen wir mal so ein bisschen aufpassen hier. Na komm, komm, komm. Ha! Gerade so geschafft. Noch sind wir in der Truppgröße, wo wir das mit dem Ausweichen verhältnismäßig unkompliziert machen können. Das finde ich schön. Wie komme ich denn jetzt da zum Beispiel hin? Einige Lavalinge wurden von euren Schnodderlingen angegehoben. Okay, zurück zum Dungeonherz. Das ist mir schon wieder zu blöd. Lavalinge. Ich erinnere mich noch an die. Gott, waren die todesnervig. Wo sind denn die überhaupt? Ach, hier seid ihr. Erledigt mal diese blöden Lavalinge da. Das geht ja auf den Keks, Alter. Okay, und hier ist eine Diamantale. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Sind wir jetzt endlich mal mit diesen blöden Lavalingen durch, ja? Okay. Wisst ihr was? Das alles bitte ausbuddeln, ja? Und dann macht ihr da eine Schatzkammer drunter. Und alles ist fein. Und überhaupt, ihr macht hier überall eine Schatzkammer hin. Es wird alles eine Schatzkammer. Genau, und dann machen wir hier noch ein paar Türen hin, wenn wir schon mal da sind. Ach, geht ja wieder nicht. Gut, dann schützt hier halt zu. Dann mach hier eine Tür. So. Und hier schütte bitte zu. Tempo. Ah, es ist gut. Jetzt haben wir mit dem Gold auch keine Probleme mehr. Es ist zahltag. Oh nein. Hilfe. Was soll ich denn nur machen? Gut. So. Sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Kann man nicht meckern. Alter, wie viel Gold! Holy Fug! Talia, dein Handeln ist nicht nur verstörend, sondern auch feindlich. Du verhältst dich wie dein 13-jähriges Ich. Oder dein 14-jähriges. Oder dein 17-jähriges. Oder dein 25-jähriges. Oder... Du kommst dir vermutlich wahnsinnig witzig vor, während du dich unter deinem magischen Schild versteckst, was? Das ist ja das Einzige, was ihr Paladine könnt. Euch hinter dicken Mauern und magischen Schilden verstecken. Und doofe Reden schwingen. Oder dein 45-jähriges. Oder... Alter, der Typ geht ja auf den Sack. Das ist wirklich einer der nervigsten Charaktere, die, glaube ich, jemals designt wurden. Ich weiß, ich weiß, das ist alles absichtlich so. Aber, oh, Alter, bitte. Können wir dem nicht einfach den Kopf vom Tor so reißen? Der Typ ist ja sowas von eine... Ein Pain in the Ass. Junge. Was ein Nervbolzen. So, machen wir hier mal zu. Äh, so. Okay. Aber so langsam haben wir jetzt dann ja... Alter, wie viel Gold... Wie viel Gold wir noch haben. Das ist ja pervers. El perverso. Wir haben halt nur das Problem, dass wir keine, äh... Bösartigkeit akquiriert kriegen. Und irgendwie muss jetzt mal dieser magische Turm dran glauben. Das geht mir ja schon viel zu lange auf den Sack. Wie kriege ich den kaputt? Ich weiß es jetzt halt wirklich nicht. So. Also, auf ein neues. Mann, ey. Ich will doch einfach nur, dass wir diesen blöden... Magischen Turm da eingenommen kriegen. Das kann ja eigentlich nicht so... Wow, 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 wow. Beeilung. Boah, Gott sei Dank. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Nervt mich nicht. Okay, okay. Ihr wisst ja was, wir buddeln erstmal alles unten aus. Und wenn wir damit durch sind, können wir uns überlegen, wie wir weiterkommen. Das geht ja wirklich auf den Sack. Wie kann denn sowas sein, ey? Wie kann man denn so nervig sein? So, Kreaturen. Hier. Verprügelt sie. Und in der Zwischenzeit sammle ich das alles ein hier. Ja, sehr schön, sehr schön. Da kommt alles hier schön rein. Wunderbar, Ski. Ach ja, bitte. Äh, grab das nochmal weg. Und ich nehme das ganze Gold mit. So. Okay. Die haben wir nach allen Regeln der Kunst zerpflückt. Easy going. Wir haben Gold zum Säue füttern. Auch das ist natürlich sehr erfreulich. Äh, Kreaturenanzahl. Okay, okay, okay. Aber alles, alles noch gut. Alles noch gut. Ähm. Was machen wir denn hier noch? Wir haben hier so viel Platz. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Was haben wir denn hier noch? Ah, die Diamantenmine. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ja, und der wäre, was jetzt nochmal genau? Hört auf, auf dem Ding da rumzuhacken. Lasst jetzt bitte mal diese nervtötende... Was ist denn das da unten? Was soll das sein? Feinde haben den Dungeon betreten. Und sie werden dafür mit ihrem Leben bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. So, Entschuldigung. Bin ich kurz in den Untergang abgedriftet. Also, Freunde. Seht ihr die? Ja, da sind sie ja. Komm, gebt sie ihnen. Aber hart. Boah, dieser todesnervige Turm, Alter. Ja, aber mal wirklich. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt... Die Schnodderlinge des Mana-Hortenden Bösen hatten einen Mana-Ling ausgegraben. Diese Wesen waren dafür bekannt, Mana zu konsumieren. Als wäre das nicht störend genug, wurden sie dadurch auch noch stärker oder vermehrten sich gar. Es war sinnvoll, das Arcanium gut abzusichern. Ein Mana-Ling hatte so viel Mana gemampft, dass er sich in einen großen, viel stärkeren Mana-Ling entwickelt hatte. Puh, blöde Mana-Linge. Können die nicht das Mana von einem anderen bösen Untergrundherrscher auffuttern? Wie von diesem Oberon beispielsweise? Oberon? Aha. Nervig. Oh. Und hier liegt Gold rum. Keiner weiß warum. Oh, Mann. Okay, aber wir haben jetzt hier bald wirklich, also... Okay, diese Mana-Linge sind jetzt nicht wirklich bedrohlich. Ding Dong, es ist Zahltag. Wir haben jetzt aber bald wirklich alles hier... Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Nicht schon wieder. Ja, Mann. Kein... Wir haben halt keine Chance. Das sind ganz so schöne Mana hier. Wir kriegen ja nicht mal Bösartigkeit dafür, dass wir diese Dinger verkloppen. Das ist auch so dumm. Was ist das jetzt hier? Tränke. Wir haben Tränke. Was ist das hier? Perk-Trunk. Stufe 1. Jetzt. Der Schaden, der die Kreatur anrichtet, wird um 19% erhöht. Aha. Okay. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Nicht schon wieder, ey. Jetzt... Und hört auf, das Mana zu fressen. Die sind ja unglaublich nervtütend. Aber gut, Gott sei Dank kann ich die ja hin und her switchen, wie ich lustig bin. Also... Mit meinen Einheiten ist das kein Problem hier. So. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Boah, Alter, die sind ja überall und todesnervig. Junge, jetzt mach die weg. Das ist mir so ein Arsch. Hört auf, Mana zu fressen. Das ist meins. Aus. Boah, sind die nervig. Aber okay. Da beschäftige ich mich lieber jetzt noch damit, wo wir vergleichsweise Ruhe haben. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Jetzt mach die bitte weg. Noch mehr von diesen kleinen Pennern her. Äh! Alter, sind die nervig! Nein. Okay, das ganze Gold. Tu mal weg. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Gib mir mal das ganze Mana hier. Weg damit. Seid ihr jetzt endlich mal durch damit? Mach dieses Lava-Less... Äh, Lava-Less. Das Mana-Nest da mal weg hier. So, noch mehr Gold. Rein damit. Die Schatzkammer läuft ja schon über. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Lol, was ist denn hier passiert? Oh! Bitte schrottet dieses Ding mal. Wir haben hier einfach mal eine komplette Untergrundbasis aufgedeckt währenddessen. Geil. Okay. Na, Gott sei Dank. Und jetzt bitte... Hört auf mit der Schatzkammer. Die Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Hört jetzt auf damit, Alter. Lass die Kacke sein. Wie hart kann man denn nerven? Seid ihr jetzt endlich mal durch hier? Was bist du denn für ein riesiger Bobbelkopf? Du bist ja voll eklig. Und du hörst jetzt mal auf, das ganze Mana wegzumampfen. Mann, ey. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier alles? Oi, oi, oi. Ihr habt eine Kreatur für immer verloren. Oh nein. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Noch mehr von diesen nervigen Mana-Säcken. Ey, das gibt's ja nicht. Gut. Würde ich sagen, ab dafür, oder? Gebt sie ihnen. Sieht gut aus. Es ist zahlt. Na los. Haut rein. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Na komm. Zerstört jetzt erstmal das Ding hier. Was auch immer das ist. Na los, los, los. Umgrabungsfreudige Böse hatte einen verschütteten Ausgang an die Oberfläche entdeckt. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Wir müssen jetzt hier gerade noch mal kurz... Ah, okay. Das mit den Mana-Lingen hat sich also erledigt? Eure Feinde sind im Dungeon. Es ist ja hier ständig Action, wa? Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja, ja, ist gut. Ich überlasse euch das jetzt hier erst einmal. Moment. Na los. Gebt sie ihnen. Macht die schnell weg. Und dann kümmern wir uns da wieder um das Problem oben. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommen wir jetzt langsam mal endlich mit der Bösartigkeit zur Rande. Kommen wir jetzt mal endlich mit der Bösartigkeit zur Rande. Da machen wir jetzt hier erst mal. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Hört auf mit der Scheiße. Lasst das doch jetzt einfach mal sein. Ein großer Mana-Ling hatte so viel Mana in sich hineingestopft, dass er auseinanderbrach und sich dadurch in zwei kleine Mana-Linge teilte. Meine Güte. Diese Mana-Linge sind ja schlimmer als diese Troubles oder Troubles oder wie die gleich wieder heißen. Da sollte sich jemand darum kümmern, bevor es zu viele werden. Aber gut. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Ja, ja. Ist okay. Macht euch mal nicht ins Hemd. Wir machen das schon. War das da unten jetzt schon wieder? Das sind noch so ein paar Mana-Linge. Oh, nee. Alter, hört auf, Mana in euch reinzustopfen. Lass das. Hör mit dem Mist. Tut mir leid. Ich muss mich da kurz drum kümmern. Das hilft nix. So, wir können in alle Richtungen angreifen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Alter, Falter. Die hauen aber schon relativ gut rein. Gerade diese dicken. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Das gibt's jetzt nicht, oder? Die haben gerade nicht wirklich Talia fast gekillt. What the fuck? Das Viech hat mir gerade meine kompletten Leute zerlegt. Alter, was? Ja, kommt bitte mal mit. Ich schmeiß euch mal hier wieder in eure Gräber da rein. Ja, nimmst du die mal alle auf, bitte, hier. Die Selena. Ja, nee, tut mir leid. Moment. Das ist ja unkürtend, ey. Holy shit. Das hat uns jetzt gerade ziemlich viel Kraft gekostet hier. Hört auf, Mana in euch reinzustopfen. Aus. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. So, wie sieht das aus? Können wir jetzt mal wieder? Ding Dong, es ist Zahltag. Jetzt auf einmal kriegen wir das hin, oder was? Gerade eben hat uns das Viech noch komplett platt gemacht. Okay, jetzt haben wir das alles hier erledigt. Die Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Noch mehr von diesen Arschlöchern. Die sind aber auch richtig übel, Alter. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Da sieht alles nicht so top aus gerade. Warum ballert ihr so rein? Was ist denn los, Alter? Was seid ihr denn hier? Ey! Aus! Nein! Ich nehme das Mana an mich hier. Geht weg. Gut, die kleinen Mana-Linge kriegt man tatsächlich relativ gut weg. Aber die großen sind ein Problem. So, können wir jetzt mal aufhören mit dem Scheiß. Oh, jetzt machen die hier wieder alles kaputt. Ja, nee, sorry. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist eindeutig... Alter, was zum Arsch? Alter, Vater, was zum Geier? Ist denn hier... Was ist denn hier los? Warum... Warum machen die mich so lang? So, Moment mal kurz. Äh, da, 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 da. Können wir jetzt hier mal weitermachen. Bauen. Hier, Vortex. Oder? Ja, Vortex. Können wir nochmal ein paar Leute mehr vielleicht beleben. Was bist du denn hier? Ach, du bist so ein Fetter. Nee, hör auf. Aus. Hör auf, das Mana zu fressen. Komm, den einen Mana-Ling kriegen wir wenigstens hin. Oder? Komm, bitte. Äh, hörst du jetzt mal auf? Feinde haben den Dungeon betreten. Oh je. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Das ist nicht gut. Wo laden stehen denn da jetzt alle hin? Was ist denn das alles? Och, du Scheiße. Nein. Nein. Hier dürft ihr hinlaufen. Hört jetzt mal auf mit dem Müll. Warte mal. Kann man damit die Mana-Linge lenken? Oder würde ich sie einfach hier hin lenken? Das ist ja, äh, ein bisschen hart dumm, oder? Also, warum, warum zum Arsch sind das so unglaublich starke Einheiten geworden jetzt? Das war ja gerade völlig Panne. Äh, forschungstechnisch. Wir können die Einheiten natürlich ein bisschen verbessern, wenn wir das wollen. Okay. Ah, doch. Das war die ganze Bösartigkeit jetzt schon wert. So ein einzelner Mana-Ling, den können wir relativ gut wegsnacken. Ja, komm. Schnappt der den. Na, komm. Komm, das kriegt ihr hin. So einzelne verstreute Mana-Ling-Trupps kriegt man ja noch relativ gut weg. So, was haben wir hier? Haben wir noch so einen einzelnen Mana-Ling? Komm, solange die nur so klein sind, geht das ja alles noch. Wir müssen jetzt irgendwann mal einfach das zeitliche segnen da. Das kann nicht wahr sein. So, da ist so ein einzelner. Komm. Einzelne kriegen wir gut weg. Er speichert schon wieder. Eure Schnodderlinge haben eine Gold-Ader vollständig abgebaut. Da ist auch noch so ein einzelner, aber das ist ein dicker. Oh, das ist ein dicker. Okay. Wurde euch euer Gold jetzt. Und haltet's Maul. Oh, Mann. Jetzt haben wir endlich alles überstanden, glaube ich. Vorerst. Das hat hier aber auch immer so einen riesen Vorlauf, dieser ganze Krempel hier. Was ist das? Hier ist so ein Perk-Trunk. Perk-Trunk Stufe 1. Die maximale Lebensenergie wird um 15% erhöht. Komm, dann nehmen wir doch mal für dich hier, oder? Oh, wie süß. Die wirft mir einen Handkuss zu. No, putzig. Ja, gut. Was ist das hier für ein Trank? Der Schaden, den diese Kreatur anrichtet, wird erhöht. Das wäre doch was für so ein Imp, oder? Oder für dich vielleicht? Willst du den nicht? Äh. Komm. Nimm doch den Trank da mal, vor deiner Nase. Mein Gott, jetzt. Nimm den Trank da. Äh. Will sie nicht. Wahrscheinlich können Helden das gar nicht nehmen. Der Schaden, den die Kreatur anrichtet, wird um 19% erhöht. Na gut, das wäre ja was für... Für wen eigentlich? Das nicht den Turm einnehmende Böse starte mit leerem Blick auf die Landkarte. Hatte es etwas vergessen? In der Tat, es hatte immer noch nicht den magischen Turm eingenommen. Schnell machte es sich auf den Weg, dies zu ändern. Ja, ist ja gut. Meine Phrase. Jetzt scheiß dich nicht ein. So, nochmal kurz einen Überblick über die Kreaturen. Was haben wir denn? Deine Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Okay, wir haben hier eine Menge Sukkubi und so weiter. Haben wir noch weitere Einheiten, die wir da nehmen können? Hier so einen feurigen. Okay. Ein feuriger, der Bereichsschaden macht. Können wir wieder nicht erforschen, weil nicht genug Bösartigkeit, oder? Ja, natürlich nicht. Gut, wisst ihr was? Ist auch egal. Ähm, wir werden jetzt einfach der Vollständigkeit... Beziehungsweise, wartet mal, wie viel Platz haben wir hier? Haben wir da genug Platz eigentlich? Ansonsten machen wir doch einfach hier noch einen fetten Raum da draus. Genau, dann machen wir das einfach so. Und so schütten wir dann hier zu. Genau. Und wir schütten hier zu. Genau, das ist die Idee. Das ist der Plan. Was ist denn jetzt schon wieder? Äh, es ist immer das gleiche. Während der Aufnahme kommen immer Handy-Anfragen von irgendwas. Ich will jetzt nicht. Äh, ne. Nix Neues. Aber Hauptsache, das Handy vibriert, als würde man gerade angerufen werden. Das ist ja sowieso meine Lieblingssache dabei. So, Tempo bitte. Bitte einfach nur mal mehr Tempo. So. Dann Vortex vergrößern. Genau. Wir wollen mehr Platz für unsere Kreaturen haben. Das wäre ganz wichtig. So. Dann eine Tür dafür. Hopp. Schön. Geht doch. Und dann machen wir nochmal hier ein bisschen mehr Kreaturen rein. Was nehmen wir hier? So ein Imp. Wir nehmen den Glotzer. Weißt du was? Wir nehmen nochmal hier so ein Ding hier. Noch ein Imp. Noch ein Glotzer. Bisschen mehr was für den Fernkampf. So. Genau. Feinde sind im Dungeon. Oha. Erzähl mal was Neues, Schätzchen. Alter, ist das bitter. Oha, kriegen die auf den Sack. Gut. Kriegen die eigentlich was? Kriegen die da in diesem Mana-Bard? Kriegen die eigentlich mehr Erfahrung? Oder so? Oder was bringt der denn das? Kriegt ihr da Erfahrung? Oder heilt ihr euch da nur? Nee, ihr heilt euch da, glaube ich. Na, ihr? Na gut. Okay. Wenn dann alle voll geheilt sind. Wir müssen uns jetzt mal erstmal um die Zwerge da drinnen kümmern. Wir gehen ja jetzt wirklich langsam auf den Keks. Ist halt die Frage, wo kommen wir... Ah, komm. Gehen wir mal hier. Tut mir leid, liebe Zwerge. euch stören zu müssen, aber wir müssen mal kurz da rein. Alter, die Zwerge haben ja nicht den Hauch einer Chance. Wir nehmen das Mana an uns. Wunderbar. Und schieben es woanders hin. Wir haben hier noch so viel Zeug und wir würden wahrscheinlich noch tausend weitere Mana-Linge kriegen. Ah, und hier geht es dann auch nochmal wohin. Ich seh's doch genau. Ich seh's doch genau. Ich seh's doch genau. Ihr buddelt hier, wenn dann. Haben wir jetzt endlich da mal alles beseitigt, was da drinnen war. Gut. Machen wir die kurz mal weg. Passiert dann wieder alles gleichzeitig, weil ich schlau bin. Und's ja immer nicht erwarten kann. Mal kurz gucken hier. Kommen hier noch irgendwelche Mana-Linge raus? Vielleicht. Ich glaube nicht. Gerade aktuell jedenfalls. Ah, doch hier. Gebt mir das ganze Mana erst einmal hier. So, das... Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Seid ihr hier durch? Äh. Mach diese Dinger weg. Die sind ja richtig lästig. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Okay, was gibt's hier? Oh Gott. Mana-Linge auf Doom! Hilfe! Nicht gut. So, kümmert euch mal um die ganzen Viecher da. Das wird ja langsam wirklich lästig. Na los. Und jetzt brech da durch und tötet sie alle. Gut, das sind also die Sukkubi, von denen gesprochen wurde. Dann hauen wir euch mal raus, wa? So. Dann hauen wir euch mal raus, wa? Dann hauen wir euch mal raus. Na geht doch. Haben wir noch mehr von denen. Also, was wollen wir jetzt nochmal? Jetzt haben wir 100 Bösartigkeit gekriegt. Da können wir doch hier nochmal die Kapazitäten erhöhen. Genau. Machen wir doch das. Oha. Oha. Alter, was? Jetzt haben wir einfach drei... Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Och, gehen die auf den Sack? Diese kleinen Mana-Linge sind wirklich eine Plage. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Wisst ihr was? Ich mach da einfach ein riesiges Mana-Lager draus, oder? Ist ja viel einfacher so. Dann schütte ich... Dann schütte ich hier zu. Beziehungsweise... Dann mach ich das einfach so. Sollen die doch da einmal überall außen rumlaufen, die Gegner da. Dann schütte ich hier zu. Genau. Man-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Natürlich. Und auch wieder hier im hintersten Winkel. So. Entschuldigt bitte. Ich muss euch kurz das Essen wegnehmen. Ey. Jetzt reicht's aber. So. Okay. Die Mana-Linge hier sind alle Ripp, ja? Okay. Hier wäre noch eine Diamantenmine. Wir machen hier mal eine Schatzkammer rein. Komm. Das schreit ja geradezu danach, zu einer Schatzkammer umgebaut zu werden. Und dann machen wir hier noch eine Tür hin. So. Na perfekt. Gut. Ja, ansonsten. Wir haben jetzt natürlich noch jede Menge Edelsteine und so weiter. Aber... Ja. Ist ja im Prinzip... Jetzt langsam müssen wir da mal anfangen. Ich hab mir jetzt wirklich lange Zeit gelassen. Eigentlich. Was macht ihr denn für Geräusche? Hier klingt ja süß. Okay. Moment. Dann machen wir jetzt hier nochmal das... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, nein. So. Jetzt machen wir hier mal so... Das Arcanium. Einfach nochmal größer. Machen wir hier eine Tür. Und wir schütten hier zu. Bis auf einen kleinen Ort hier. So. Da kommt noch eine Tür hin. Und hier schütten wir auch nochmal zu. Und machen hier eine Schatzkammer. Na, komm. Ah, Entschuldigung. Das war das Mikrofon. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen hier euch beeilen? Dann mit dem Aufschütten. Danke. Ein bisschen hier schneller machen da. Das gibt's ja nicht. Wie lahm kann man denn sein? Oh, lass mich raten. Wenn ich hier buddeln lasse, gibt's hier wieder Mana-Linge. Alter, wie Unmengen... Wie viele Unmengen an Mana es hier einfach gibt. Das ist ja nicht mehr normal, alter. Wie viele Unmengen an Mana-Linge. So. Oder? Oder geht's dieses Mal ohne Mana-Linge? Komm. Komm. Na, komm. Sehr schön. Wird alles reingefüllt. Hervorragend. Also. Einmal kurz abziehen. Und einmal hier rein. Gut. Hier haben wir noch die Diamantenmine. Da leeren wir auch mal gleich alles drumherum. Damit's ja keine unnötig langen Laufwege gibt. Und rein damit. Alter. Und das Ding platzt aus allen Nähten das Lager. Wisst ihr was? Dann machen wir doch hier gleich noch so ein Arcanium rein. Wir haben ja den Platz. Warum sollten wir den nicht nutzen? Dann gibt's jetzt halt Mana bis zum Abwinken. Also. Warum eigentlich nicht? Es gibt jetzt Mana bis zum Abwinken. Was auch immer wir damit anfangen sollen. Aber. Gut. Wir können natürlich zaubern später. Aber brauche ich das eigentlich? Bin mir gar nicht sicher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Was waren denn die Challenges gleich? Äh. Konnte man sich das hier irgendwie angucken? Äh. Ah. Hier konnten wir sich das angucken. Tötet 60 Helden mit dem Mana-Turm. Fangt in hellen Klamm. Alle Transporte ab. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Welche Transporte damit gemeint sind. Ich hab bis jetzt noch nicht einen einzigen Transport gesehen. Was auch immer das bedeuten mag. So. Genau. Komm. Komm. Hier ist mal so ein bisschen die Hände wirbeln lassen hier. Gut. Aber wenigstens mal ein Grund das ganze Gold auszugeben hier. Apropos Gold. Komm. Wir nehmen mal die ganzen Steine hier. Die wir hier gefunden haben. Komm. Die schmeißen wir jetzt mal in die Schatzkammer. Und schauen uns an wie sich das Ding fühlt. Das ist bestimmt mega lustig. Wo ist denn die Schatzkammer? Da. Zahltag. Oh nein. Zahltag. Hilfe. Wie viel Kapazität haben wir eigentlich für Gold? 83.000. Und hier haben wir natürlich... Ja. Natürlich. Hätten wir auch noch eine Schatzkammer. Wie schön. Machen wir hier direkt noch eine Tür rein. Gut. Da können wir auch mal Leute zum Arbeiten schicken. Was ist das hier? Sonst nichts mehr Interessantes. Äh. Da, 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 da. Diamantenmine. Diamantenmine. Ja. Ist ja ganz toll. Alter Falter. Was liegt denn da alles noch? Ach. Das sind noch die einfachen Goldminen. Die haben wir auch noch gar nicht alle. Das ist ja pervers. Das ist ja alles komplett pervers. Aber zieh doch rein. Wie viel das ist. Wie unfassbar viel Mana. Wir haben immer noch nicht alles freigebuddelt. Was? Was? Wir haben einfach immer noch nicht alles freigebuddelt. Ja, sag mal. Wie lange soll ich denn hier noch graben lassen? Mann. Gut. Andererseits von mir aus. Bevor meine Kreaturen gar nichts mehr zu tun haben. Machen sie halt das. Jeder nach seinen Bedürfnissen und so. Ja, komm. Warte mal. Da schütten wir hier mal zu. Alter, ist das eine riesen Guru-Massenhaltung. Ja. Mein. Wir haben jetzt drei Ausgänge. Wir sind kreaturentechnisch jetzt am Maximum. Geht da noch? Ne. Da geht noch was. Ah, für 400 natürlich. Ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt dann gleich wieder Mana-Linge oder Ähnliches zu sehen haben. Wir packen das Mana hier mal rein. Wie viel Kapazität haben wir dafür eigentlich? 33.480. Liebe Freunde, bitte beeilt euch, ja? Ich wäre sehr happy da drüber. etwas mehr Tempo. Und hier nochmal rein. Ich meine, ich bin mir ehrlich unschlüssig, wie die Mission designt ist. Es gibt hier im Grunde keinen wirklichen Druck. Gar keinen. Außer, dass du eigentlich erst mal den kompletten Dungeon mehr oder weniger ausbuddeln musst, bevor du dich draußen halbwegs dann frei bewegen kannst. Ich meine, ja klar, dass du den Turm zerstören sollst, das verstehe ich auch alles. Aber ich meine, du wirst auch nicht bestraft, so wie ich jetzt hier, wenn du unten dir einfach die Zeit nimmst. So, also warum sollte ich jetzt hier irgendwo es riskieren, möglicherweise in der Oberwelt zu sehr aufs Maul zu bekommen? Wenn ich hier unten erst mal alles in Ruhe ausbuddeln kann, guckt euch das an. Wir haben die komplette Karte freigelegt. Es gibt, glaube ich, kein Fitzel jetzt auf der Map, der irgendwie da unbebaut ist. Das ist ja völlig, völlig, völlig Panne. Hier, da, den Ausgang haben wir gefunden. Das ist ja alles ganz nett, aber die Gegnerwellen, die man hier entgegengeschickt bekommt, sind ja so lächerlich klein. Guckt euch das an. Feinde sind... Talia und das grauenvolle Böse hatten einige Zwerge entdeckt, die es sich im Dungeon gemütlich gemacht hatten. Dummerweise versperrten diese den Zugang zum magischen Turm. Was? Müssen diese Halbwüchsigen sich wirklich überall hier im Untergrund rumtreiben? Da kommt so ein Basaltrock in ihr Königreich und vertreibt sie von dort und schwupps sind die einfach überall. Und das bloß, weil sie so ein bisschen Mithril für ihre Elfenfreunde ausbuddeln wollten. Oder so ähnlich. Dann tut ihnen weh. Verhaut sie. Stellt kleine Tonfiguren von Basaltrocks her und verhaut sie damit. Ja, ja. Also... Wow. Oh nein. Hilfe. Jetzt gibts hier mal kurz Fett auf die Fresse und dann sind wir alle wieder glücklich. Na siehste. Wunderbar. Und ihr geht jetzt mal hier hin. Wo sind wir denn jetzt? Oh lol. Komm, holen wir uns noch ein bisschen Bösartigkeit ab hier. Lass mich raten, gleich kriege ich noch einen Schuss ab. Na, oder auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Ah, ist noch ein Heldenlager. Ach, da kamen die die ganze Zeit her. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Gut. Wir holen uns erst einmal unsere Portion Bösartigkeit wieder ab. Das grauenhafte Böse hatte eines der umliegenden Dörfer von Heldenklamm vernichtet. Tristan schien nicht zufrieden. Talia, du grausames Monster. Die ehrbaren Dörfler haben dir nichts getan. Ich werde dich alsbald erneut gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Danke, aber ein Roadtrip im Käfig mit dir war wirklich genug, Bruderherz. Jawoll, läuft auf jeden Fall. Sag mal, habt ihr jetzt irgendwie diese Kanone nicht mehr, oder was? Oder habt ihr das Schießen damit verlernt? Talia, du Bestie. Hör auf, die armen Dorfbewohner einzusuchen. Such dir jemanden in deiner Größe. Pff, das sagt der Typ, der sich hinter einem riesigen magischen Schild versteckt. Ja, das stimmt allerdings. Da sind wir deutlich besser unterwegs hier. Wir kommen bei dem Turm langsam gefährlich nahe und irgendwie haben die auch scheinbar keinen Bock mehr damit, gegen uns zu kämpfen. Alter, Alter, ist das okay. Holy shit. Guck dir das an. Wir nehmen ja quasi überhaupt keinen Schaden. Was zum Arsch? Wir räumen jetzt diese jämmerlichen Heldencamps einfach weg. Und da... Also, der Widerstand ist ja null. Da sieht ein weiteres Dorf in Flammen auf, während sich mein Stiefbruder unter dem Tisch versteckt. Wie damals bei Wladimirs Geburtstag. Du hast versprochen, nie darüber zu sprechen. Niemals! Na gut. Dann vernichten wir jetzt erstmal diesen blöden Turm. Alter, die haben ja wirklich gar keine Chance. So gar keine. Uff. Talia ist Stufe 5 jetzt, okay? Das ist ja schon mal gut. Hallo! Ah. Ja, benutzt mal stattdessen deinen Sturm. Haut ihn denn auf die Fresse! Ah, sieht sehr gut aus. Das ist so ein Kanonier, okay? Das eroberungswütige Böse hatte den magischen Turm eingenommen. Mit ein paar kunstvollen Handgriffen wurde dieser in eine mächtige Waffe umfunktioniert, die Bereiche der Karte unter Beschuss nehmen konnte. Tja, genau das, was ich brauche. Damit werden wir Baldaran zerstören. Ich meine natürlich Heldenklamm. Los, laden und entsichern. Und dann werden wir sie mit Torten bewerfen. Ja, ha, ha, ha. Männer, ich sehe die Furcht in euren Augen. Das Böse hat den Turm erobert. Wenn wir nichts unternehmen, wird der Schild irgendwann zusammenbrechen. Glücklicherweise ist es noch nicht an der Zeit zu verzagen, denn es gibt eine Lösung. Mana Transporte! Tristan schien nicht auf den Kopf gefallen zu sein, was manch einer über seine Stiefschwester behauptete. Hey! Und so sorgte er dafür, dass künftig Mana über Land zum Schild transportiert wurde. So dann, Kameraden! Macht den Weg frei für den ersten Transport! Was? So ein Schuft! Los, Kreaturen! Haltet sie auf! Zerreißt sie! Zerschlagt sie! Zersägt sie mit Papierseiten! Damit es besonders weh tut! Hä? Aber wo ist denn dieser Transport? Da unten, oder? Ach, da! Äh, hier, genau, wartet mal. Geht mal da in diesen versteckten Ausgang rein. Beeilt euch ein bisschen, ja? Ja, ja. Jetzt mal im Ernst, welche Straße muss ich denn da runter? Ah, ich weiß schon wo. Ich weiß schon wo. Ab dafür, komm! Ja, ja, ich weiß schon wo die sind. Ich glaube hier mussten sie auch noch, ja. Da, 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 da sind sie. Ja. Ich nehme mal an, das soll dieser Transport sein. Komm, euch kriegen wir. Schießt! Zahltag! Kreaturen holen sich ihren Sold. Der magische Turm stand erneut zur Verfügung. Das gemeingefährliche Böse hatte einen Mana-Transport aufgehalten. Anstatt den Schild zu stärken, wurde dies stattdessen nun im Dungeon eingelagert. Ha! So gefällt mir das. Genau so muss das laufen. Männer! Auch wenn wir starke Verluste hinnehmen mussten, ist noch nicht alles verloren. Der Schild hält und Rettung naht. Ja, will ich mal hoffen. Hä, also für euch. Ja, komm, die kriegen jetzt hier erstmal voll auf die Fresse. Jawohl. Tristan sah langsam eine Gefahr aufkommen, da Mana in Heldenklamm rarer wurde. Fortan machten sich nun zwei Transporter auf den Weg. Oh, nö, das ist nicht gut. Ich hasse sowas. Okay, wir müssen jetzt erstmal die, äh... Genau. Zwei Mana-Transporte machten sich auf den Weg, den Schutzschild von Heldenklamm zu füllen. Ah. Okay, dann machen wir den unteren jetzt erstmal weg. Wir machen jetzt erstmal den unteren weg. Beheilt euch! Ach Gottchen. Das ist der Mana-Transport. Ja gut, einen kriegen wir eigentlich mit dem Ding immer ganz gut aufgehalten hier. Unsere Truppen kriegen das eigentlich ganz gut hin. Hier, komm, schnappt euch den Mana-Transport hier. Ja, die haben keine Chance. Einer der Mana-Transporte fand sein unrühmliches Ende. Durch das absolute Böse. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, also den hätten wir damit schon mal erledigt. Dann geht mal weiter rauf hier. Hier gibt es noch ein bisschen Bösartigkeit. Und hier haben wir auch den... Der magische Turm konnte erneut feuern. Ein Mana-Transport wurde vernichtet. Sehr gut. Männer! Auch wenn wir starke Verluste hinnehmen mussten, ist noch nicht alles verloren. Der Schild hält und Rettung naht. Mhm. Lass mich raten, gleich haben wir dann drei Transporte oder so. Gut. Wird hier erstmal schön alles pulverisiert. Bats, Bats, Bats. Einfach alles nur noch Bats. Wir müssen jetzt einfach nur mal die ganzen Straßensperren hier vernichten. Können wir schön weiter Bösartigkeit farmen hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Tja, mein verzweifelter Bruder hat gleich zwei Mana-Transporter auf einmal losgeschickt. Was für ein Versager! Okay, also dann gehen wir nochmal runter. Tja, wir sind ja fast schon da. Das ist ja... Das geht jetzt... Also jetzt zum Ende hin ist das echt nicht sonderlich schwierig. Weil um den einen können wir uns immer problemlos selber kümmern. Weil, was sind denn das für Wachen hier? Da ist ja gar nichts mit dabei. Und ansonsten... Wir haben unten alle Gefahren bereinigt. Unten im Dungeon kommt Tex mehr. Christian hatte Thalia und die Armee des Transporte abfangenden Bösen nun vollends als Gefahr wahrgenommen. Von nun an würden sich drei Transporter auf den Weg machen. Ein Mana-Transport wurde von den Kreaturen des zerstörungssüchtigen Bösen vernichtet. Die Kanone des magischen Turms war einsatzbereit. Ja? Diese Mana-Transporte lassen sich leichter vernichten als Butter. So einen Pfund Butter zu vernichten ist auch schwierig. Da wird einem schon schnell schlecht. Und äh, ach egal. Äh, macht mehr Zeug kaputt. Männer! Auch wenn wir starke Verluste hinnehmen mussten, ist noch nicht alles verloren. Der Schild hält und Rettung naht. Ja, ja. Euch geht bald das Mana aus, Freunde. Und dann ist aber... Achterbahn hier. Ding Dong! Es ist Zahltag! Ja, das läuft alles wie... Wie geschmiert läuft das. Da sind auch noch... Alter, wie viele Straßensperren sind hier! Was zum Arsch! Das ist ja lächerlich. Komm. Macht mal diese ganz nervigen Straßensperren weg. Ha! Nun werden schon drei Mana-Transporter auf einmal losgeschickt? Oh, das ist einer dieser Schnodderlinge. Die weigern sich beharrlich, Deo zu verwenden. Ah, okay. Moment, Moment. Dann kümmern wir uns erst einmal... Halt, halt, halt. Wir können uns zwar nicht vier teilen, aber wir können uns zwei teilen. Das ist ja auch schon mal ausreichend. So. Der eine Trupp kümmert sich hier drum. Der andere Trupp kümmert sich da drum. Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Und in 20 Sekunden ist der andere Ding auch wieder einsatzbereit. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Der magische Turm stand erneut zur Verfügung. Jawohl. Ein Mana-Transport wurde von den Kreaturen des zerstörungssüchtigen Bösen vernichtet. Einer der Mana-Transporte fand sein unrühmliches Ende durch das absolute Böse. Ein Mana-Transport wurde von den Kreaturen des zerstörungssüchtigen Bösen vernichtet. Okay, das ging easy. Auch wenn wir starke Verluste hinnehmen mussten, ist noch nicht alles verloren. Der Schild hält und Rettung naht. Hm, nicht wirklich. Also, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das ging jetzt dann doch relativ unrühmlich für dich aus hier. Okay, wir könnten theoretisch weinen. Ich habe dieses Mal gar nicht die Schnodderlinge alle perfekt upgradet, aber wir brauchen es auch nicht. Wir brauchen es halt auch einfach nicht. Es ist so geil. So. Na, trefft ihr euch mal wieder in der Mitte? Okay, ich weiß nicht, was das jetzt noch werden soll. Oh. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh nein. Talia. Mach mal diesen hier. Drei Mana-Transporte machten sich eilig auf den Weg nach Heldenklamm. Na los, komm. Einmal noch schnell die Leute da vernichten. So. Der Mana-Schild war zerstört. Heldenklamm lag nun schutzlos vor der Armee des zerstörungswütigen Bösen. Endlich. Los, Kreaturen. Macht sie fertig. Haut sie um. Bewerft sie mit Wachsmalkreide. Warum mit Wachsmalkreide? Was hast du gegen Wachsmalkreide? Ist da schon wieder ein Mana-Trans... Das ist ja kein Mana-Transport, oder? Oder wo soll der dieses Mal sein? Die Kanone des magischen Turms war einsatzbereit. Ja, aber... Jetzt mal im Ernst. Wo soll denn da noch was sein? Klar, wir können hier nochmal. Komm. Das schießende Böse richtete die Kanone des magischen Turms auf ein Ziel. Ich meine... Eigentlich... Es gibt ja keine Transporte mehr, oder? In dem Sinne. Wo hängt Talia rum? Achso, die beeilt sich gerade. Komm, schnappt sie euch hier alle irgendwann kurz. Fress sie mal kurz zum Frühstück. Sieht soweit gut aus, ja. Weiter. Okay. Es ist Zahltag. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Die kriegen wir alle weg. Ja. Wo latschen die denn alle hinten? Okay. Okay. Können wir jetzt mal wieder den Turm benutzen, bitte? Das grauenhafte Böse hatte eines der umliegenden Dörfer von Heldenklamm vernichtet. Tristan schien nicht zufrieden. Talia, du grausames Monster. Die ehrbaren Dörfler haben dir nichts getan. Ich werde dich als bald erneut gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Na, geht doch. Aber ein Roadtrip im Käfig mit dir war wirklich... Ha! Den haben wir es gezeigt. War eine schöne Aufwärmrunde. Haben wir eigentlich auch Tristan erschlagen? Liegt er hier irgendwo mit rum? Talia spießte testweise mehrere der toten Helden auf einen Speer. Aber von Tristan gab es keine Spur. Offensichtlich war es Talia entgangen, dass dieser sich bereits vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht hatte. Hm, das verdirbt mir jetzt etwas die Siegeslaune, muss ich sagen. Nun ja, wir sind ja auch erst in der sechsten Mission. Es wäre vermutlich etwas zu viel verlangt, wenn es jetzt schon mit Tristan vorbei wäre. Puh! Ich könnte sein Ableben auf alle Fälle in die Länge ziehen. Glaub mir, da werde ich kreativ. Aber genug davon. Wir wollen endlich zu diesem Rat der Schnodderlinge kommen, ein neues Gefäß besorgen und dann den Helden den Rest geben. Na wohl! Also! Perfekt! Und auch hier haben wir wieder alles hingekriegt. Alle Erfolge. Oh, top. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eine Stunde 35. Wisst ihr was? Ich lasse das als eine Mission, glaube ich, trotzdem. Ich weiß, es ist sehr lange. Aber ganz ehrlich, dann haben wir das als zusammenhängenden Part. Damit ihr das ja auch in vollen Zügen hier gleich genießen könnt. Oh Mann, 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 Mann. Das war schon ziemlich heftig, Alter. 50 Kreaturen verloren. Aber ich muss echt sagen, auch hier wieder im Endgame, das ist ja richtig übel. Also wie man da am Ende drüber bulldozert. Und wir haben ja fast keinen Druck gekriegt. Ein Wahnsinn. Naja, gut. Schauen wir mal, ob es noch eine Zwischensequenz gibt. Nein, gibt es nicht. Okay. Bevor wir uns den nächsten Teil da angucken, die nächste Mission, würde ich sagen, Wir sehen uns genau eben in dieser nächsten Folge. Bis derweil. Macht's gut. Servus. Und ciao.